Ich hab Durchfall Rennen, der kommt! Der kommt! Der kommt! Verschleck dich auf mein Computer! Nein! Verschleck dich! Hauptsache er sagt, ich hab Durchfall Was ist das? Was ist das für ne Kassette? Bin ich draußen? Hallo! Servus Leute! Meddler! Herzlich Willkommen hier zu Drache Isolation Das ist ein Fan-Made-Game, kann man schon fast sagen zu Drachenlord! Ja, der berühmte Drachenlord! Genau der! Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, ist auch nicht so wichtig Auf jeden Fall! Ja, man kann's ja mal so kurz... Ich kann ihn verlinken und ich kann auch ganz kurz sagen Es ist ein Freund von Creeper Darko oder Ja, die biefen sich Ja, die biefen sich manchmal, ja und er ist auf jeden Fall ein Meddler und beantwortet öfter Fragen und es gibt viele Fansachen zu ihm und auch Hater, sagen wir es mal so Und ich wusste... Oh, ich muss mal kurz hier Ich wusste gar nicht, dass es ein Spiel hat, aber Daniel hat es mir gezeigt gehabt und das kann man sogar im Koop spielen, ist sowas wie Slender jetzt Drache Isolation Und Daniel kann ghosten, sag ich jetzt einfach mal Und ja Ich start einfach mal Gut, ich suche und da ist er Der benötigte Moin Metal-Freunde потому junge Okay, wenn sie trotzdem Rиновat ohCD Oflag Wo bin ich hier? Das sind übrigens Original-Tonspuren aus seine Videos Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, ich versuch dir gerade zu join Bist du noch gar nicht drin? Nein Hä? Ich hab den ganzen Trollen gesehen und den kann ich wahrscheinlich jetzt auch springen Nochmal Bis jetzt drin? Es geht, ich bin drin Okay Ich bin drin Der war hinter mir gerade Ah, ich bin hinter dir Oh Gott, bist du die Taschenlampe? Leuchte mir mal den Weg Ich höre Oh, hier ist was drin im Raum Oh, ne, hier nicht Komm mal mit, komm mal mit, Simi Er kommt runter, er kommt runter Versteck dich Kann ich mich verstecken? Wie kann ich mich ducken? Komm mal her, wo bist du? Ich bin hier in dem Raum drin Wo, in welchem Raum? Ja, ich bin hier, wo du drin bist Hier, hinter dem, da ist ein AK Nimm die AK Wo? Ja, wie nehme ich die denn? F oder E E F F E Ich hab die AK Ich hab die AK Kann ich auch irgendwo ballern dann? Ne, die hat keine Ahnung Ich weiß nur nicht mehr, wie du die Feinde bist E Okay Okay Hier in deinem Raum ist was Hier, hier ist so ein Buch Ja HTML für Dummies Wo, 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 wo Ja, okay Komm mit Ja, ich hab's aufgenommen Hier ist sein berühmter Honig Ich hab auch eine Taschenlampe auf F Ja Hatte wie der hier herum runtergekommen, die Wohnung einfach aussieht Kann ich auch noch springen, okay Das hast du auch gesehen, wie es im Video Außer, hier ist ja Honig, Simi, hier ist ja Honig Kommt auch irgendwann Ich hab ihn schon mal das eine Mal gesehen, wo ich mich am Anfang gestrocken hatte E, okay Ja Du kannst hier auch oft das, äh Ich glaub, du kannst auch mit Drumschlangen, aber dann kommt er Das mag ich nicht Ich guck kurz mal, ob der Ob er in der Nähe ist Ja Ja Guck mal Für mich Nee, er ist nicht, er ist nicht da Du kannst jetzt, äh Hier hinten in den Raum gehen Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Er kommt, oder? Kommt er? Ja, er kommt, er kommt Simi, er kommt Er, er ist Doch, doch, er kommt Er kommt grad runter Ich versteck mich hinter dem, äh, Schlagzeug Oh Gott Kann ich mich irgendwo ducken? Wo soll ich mich denn verstecken? Wie, wie, wie soll das denn gehen? Den Raum hier Eigentlich, aber bleibt da am Schlagzeug Oh, ich seh Oh, ich komm Ich seh den Rainer Verpiss nicht, du dicker Wanz Nicht ran, nicht, nicht, geh, grad aus, folg mir Daniel, hilf, ich bin falsch abgewogen Der Rainer, der Rainer, der Rainer Lüg, 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 lüg Du gehst direkt in den gefährlichsten Raum Digga Du bist auch krank, Simi Er wohnt hier oben Ach so, hier ist übrigens sein spezieller Gegendstand Kann ich den nehmen? Soll ich den nehmen? Ja, hier, hier, guck mal Ja, ich hab ihn eingesammelt, weiß ich nicht Das war übrigens ein Lese Ach so, so ein Lese Hier liegt ein Regenbogen, Schal Alter, ich höre, ich höre den voll Hier liegt auch was in der Badewanne, ne Doch hier liegt was Irgend so Brot von ja Ja, stimmt Also die Grafik ist voll geil Und irgendwie voll walk Ey, wie ist das? Leute, teste das auf jeden Fall aus Ja, hier ist ein Energy Drink Hier sind voll viele Sachen Alter Und seine Prostate Ist der hier irgendwo in der Nähe? Hier ist Energy Hier sind seine Videokameras Hier, wo ich bin Ach so, da, okay Okay, ja Ich hab Durchfall Nein Verschleck dich auf mein Computer Nein Verschleck dich Hauptsache, er sagt, ich hab Durchfall Ist das für eine Kassette? Bin ich draußen? Oh, oh Ja Chill, chill, bewegt dich nicht Chill Alter Ich seh'in Lü 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 Schmeiß Soli Lü 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 Alter Lub allún are wenn du siehst, wenn du den dann siehst, ne? Du hast einfach Angst, dass der dich anschreit. Ich guck mal, wie das klingt. Du hast Angst, dass er dich anschreit. Das Spiel ist so behindert. Guck dir jetzt das T-Shirt an, guck's dir mal an. Eine Wampe, eine Wampe. Oh Gott, Daniel, ich hör Schritte. Heißt du denn das T-Shirt? Okay. Oh Gott, na, ich schon wieder. Rainer, lass uns doch ganz normal, wir können miteinander reden. Oh mein Gott, jetzt bist du mal dran. Okay, jetzt muss ich springen. Servus, Mädler, Leute. Weiter geht's, jetzt ist Daniel an der Reihe. Ich, genau, versuche, mein Spiel zu joinen. Verbindung zum konnte ich hergestellt werden. Falsches Passwort. Nochmal, einfach. Ich muss gar kein Passwort eingeben hier. Ach so, doch da. Wie will ich das? Passwort? Ah, ah, ah. So, jetzt komme ich gleich drauf, pass auf. Also du hast richtig Angst vor diesem Typ, du hast richtig Angst. Und dann noch in seiner Wohnung, du hast richtig Angst. So, das war das auch so gut. Die Grafik ist aber geil. Hä? Ich kann nicht verbinden. Versuch's die ganze Zeit. Versuche, mein Spiel zu joinen. What the fuck, warum geht das nicht? Unterbrochen steht mir bei mir. Ja, okay, jetzt war's grad. Hä? Hä? Oh Gott, ich seh ihn. Ich seh den Rainer. Ich seh den Rainer. Ich seh ihn auch. Wo bist du denn? Ich geh grad die Treppe hoch. Kann man dich irgendwo besser sehen? Ah, ich seh dich rumwühlen. Hä? Ich hör dich rumwühlen. Ich such dich gerade. Oh Gott, der Rainer. Ja, oh, ich rieche ich die Angst vor dem Typen. Ich such dich gerade, Daniel. Bist du oben? Ja, ich bin oben. Die Treppe gerade hoch. Direkt wenn du oben. Er geht grad hier. Geht die Treppe hoch. Ja, ich mach die Treppe hoch. Ich hab ihn schon gehört. Direkt wo man oben, wann, was ist wo? Links einfach. Da, der kämpft mich hinter dem Spann. Kommt er grad rein? Ja, der ist auf dem Flurrat gewesen. Ja, der ist auf dem Flurrat gewesen. Ich guck grad, wo du bist. Da schlägt mir die Kugel aus. Hä? Du bist doch hier in dem Raum. So, wenn du bei der Treppe bist. Grad so hoch gehst. Links. Komplett links. Im ersten linken Raum. Ganz oben? Nicht ganz oben. Die erste Treppe. Oh Gott, der lungert hier die ganze Zeit rum. Ich seh dein Licht hier hin. Links. Er kommt auch gleich. Er ist in meinem Raum. Digga. Ja, echt? Wo bist du? Ich hab grad nur seinen Wands gesehen, Alter. Jeder so reinkommt. Wo bist du, bin ich bei dir? Oh Gott, Alter. Ja, du bist bei mir. Wo bist du denn? Ich steh hier an der Wand. Ach so. Ach so. Ach, dieses. Dieses gelbe durchsichtige etwas. Dieses äh. Ist der da? Diese Statur. Oben. Sieht mega hässlich aus, weil ich guck grad mal. Ähm. Ne. Ne, ne, ich glaub nicht. Gehen wir mal in sein. Guck dir mal hier das T-Shirt an. Was steht da drauf? Was steht da drauf? Er ist so gut. Was steht drauf? Check it out. Laut. Er kommt. Er kommt. Boah. Alter. Alter. Hast du das Bild gesehen? Ja, irgendwie das T-Shirt da. Boah, der ist fett. Weiß, weißt du was? Der ist fett. Das ist ein bisschen. Ich will nicht wissen, viele Leute in das Spiel schon gespielt. Wie sieht das Haus? Kommt da runter. Wie sieht das Haus überhaupt aus? Ne, es ist ein Problem. Äh. So. Ich seh ihn da oben. Bis unten? Ja, er ist auf dem Flur. Er ist auf dem Flur. Es geht da. Es geht in einen Raum rein. Hier, in den Raum geht er rein, wo ich gerade leuchte. Ich will mir das Bild nicht mehr anschauen. Der Rainer ist in dem einen Raum drin. Wo bist du drin? Bist du beim Computer? Ne, ich bin beim Balkon. Okay, ich komme zu dir. Ja. Oh, wow, wow. Ich gucke, ob der Rainer kommt. Oh, ich höre ein. Ich glaube, er kommt, oder? Wo ist er? Er geht nach unten. Er geht wieder nach unten. Rainer Winkler geht wieder nach unten. Und wenn du F drückst, scannst du hier übrigens. Ne? What the fuck? Mein Spiel hängt gerade? Hä? Spieler Drachenfan 53 ist dem Spiel beigetreten. Hä? Auf zwei kann ich warten, auf eins kann... Hä? Äh? Ach so. Okay. Ach doch, jetzt. Ja. Hater for life. Und evermore. Geil. Das ist mein Motto. Hauptmenü. Alter. Oh, geiles Spiel. Ohne Spaß, das ist richtig, richtig gruselig. Ich rügele die Scheiße auf den Butterbomb. Leute. Drach Isolation. Wie findet ihr das? Lässt mal eure Meinung da. Also ich muss einfach Lob an die Entwickler aussprechen. Richtig gut gemacht. Geile Grafke auf jeden Fall. Ja, in seiner Hütte da, ne? Ich rügele die Scheiße auf den raus. Mit den Klassikern, die man kennt, aus seinen Videos. Reine Winklers Palaz 3 bei, äh, Hall of Hader. Ich bin auf TV. Ich hab durchgefallen. Alter, was fandst du am besten? Ich fand das mit dem... Wie ist eine Radio, was sich angemacht hat. Was kam denn nochmal? Ich find die Radiomeldung geil. Und das haben wir leider nicht zu hören bekommen. Ich bügele die Scheiße. Oder liegt ein Bundesagentur für Arbeitszettel auf dem Tisch. Wenn du den halt loswirst, sagt der dann noch, am Monat gibt's ne dicke Fettel Anzeige. Oh Gott, ich kriege mich nicht mehr ein. Alter, das muss man auf jeden Fall unbedingt mal gespielt haben. Testet es aus. Holt Freunde und äh, spielt es auf jeden Fall. Zockt es. Zockt es. Tag ein, Tag aus. Das ist auf jeden Fall... Warte mal, wenn ihr ne Freundin oder so habt, oder wenn jemand mal nicht Bescheid weiß, ob ihr das spielt, das könnt ihr einfach im Browser spielen. Spielt es mit. Oder nehmt es mal auf. Nehmt es auf. Teilt es mit der Welt. Oder schickt ihr auf jeden Fall mal an. Und schickt es... Ja, schickt auf jeden Fall mal an. Die besten Videos werden gezeigt. Das machen wir, genau. Wenn ihr bis jetzt mal am Ende dran seid, schickt mir ein Video, wie ihr das gezockt habt. Und dann mal gucken. Vielleicht schneide ich das zusammen oder so. Oder... Genau, so ein Best-of. 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 Drache-Isolation. So. Und dann... Und von... Und von mir. Und von... Da ich muss ein extra Video zu hochladen, oder? Mach nochmal ein... Ich mach nochmal ein extra... Aber nicht klar, sag das jetzt hier nochmal so. Und dann mach ich so ein... So ein... So ein Best-of. Und dann schneide ich mich da auch nochmal kurz mit rein. Und... Oh, das ist ja... Alter. Tritt... Und dann... Das Video Tribute Tour Drachenlord. Drache-Isolation, oder so. Das ist es. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Drache-Isolation. Ich fand's mega lustig, mega geil. Ich auch. Ja, und da würde ich mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.